Herzlich Willkommen! Ich bin gerade mit 200 kmh in Richtung Ö3 Ice Cube unterwegs, hier in einem sehr feinen Zug, muss ich sagen. In St. Anton werden wir diesen Zug verlassen und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich sterben. Auf jeden Fall sollten wir ankommen, was ich aber glaube. Bin ich sehr neugierig, der Ice Cube Premiere. Ich habe das noch nie gesehen. Es ist ein ganz, ganz neues Veranstaltungsgelände. Ich werde wahrscheinlich auf einem DJ-Turm oben stehen. Wird super ausschauen. Ich freue mich auf die kristallklare Bergluft, auf viel Après-Ski-Laune, auf Party und natürlich wird es die Hits aus der Ö3 Osterdorf heute geben, also bis dahin.